Formulierst dich übertwirtend an der Maske lauter Buch Ach, der nennt mich konzentriert Denn lieber kein Gesicht als dein Gesicht, Dresen Oder die Haare Trotz wie starke Videofronts, hab ich dich schon verzweifelt Denn du kannst dir das leisten, dein Fist boring und recycle Keine Entführung, meine Runden lassen Gegner verschwinden Doch ihr sagt selbst, ich hab ein UFO, wozu Räder erfinden Und ja, die Top-Einteilung weg, ich fühl mich mies Gefronted, weil ihr im Vergleich mit mir in vier sein solltet Also danke, Crumble, für die Unterbußen 14, nice Ich hatte alle Bezüge und Opel, um mir so wie dich gezeigt Ist nicht so leicht für dich, doch hast ja Worte zu spielen Und sitz in der ersten Reihe, wenn sich dann der Konkreis hier schließt Reime sind nicht Rieselstärke und auf Fronten nicht drin Ich bin normal, du ein besonderes Kind Das nicht in der Lage ist, meine Namen zu lesen Doch ich bin grenziviles Stein Kopf kaputt, willst weiter kommen, der NPC sagt, nein Ihr habt mich wirklich krass enttäuscht Hab mich auch hart gefreut an das bekommen und nur deswegen fast geheult Du bringst so krass coole Zeilen und jetzt noch ein paar Ach, hör auf du, bei dem Lob kann ich's mir kontern, Sparen Doch komm, Makar, wie können Fronten bitte so mies sein Ich hatte also keine Gegner, doch diese entführt ist das Gefühl Seid ohne Animoji hättet ihr kaum Themen im Battle Und seid nur neidisch, denn damit könntet ihr Träse verdecken Und das wär gut, ihr solltet einfach überhaupt nicht sagen Und was für Traktorstrahl, ich will euch nicht im Raumschiff haben Ey, yo Crumble, eine Frage, sag mal, guckst du deine Gegner an Und nennst mich wirklich lahm? Aua, das hat ziemlich wehgetan Träse klingt hier unter einer Maske und ich trag nicht mal eine Und lieber Punk ist erklären, als einfach keine zu haben Ey, ihr wollt doch gewimps werden, wie bei Partneranzeigen Sonst würdet ihr die außerirdischleine nicht wirklich zweimal reinpacken Achtelfinale, das ist die Chance und ihr gewinnt, denn ihr bringt richtig hartes Zeug Sie fragen sich, ob die Geschichte war es heilig Leider völlig frei erfunden, dass der X-Faktor für euch Das ist im Achtel echt Und glaub ich, ihr taucht nicht Verpisst euch von meinem Raumschiff Ihr seid hier echt die Guten Glaub ich nicht nur eurem O-Tip Eure Texte sind echt dumm Warum die anderen verpeilt haben Die Leute nicht an Selbstüberschätzung